Toni, es reicht jetzt. Genug Handyzeit. Machst du das Handy aus? Nee. Machst du das Handy aus? Nee. Ich hab gesagt, mach das Handy aus. Ey, lass mich schon los. Du machst jetzt das Handy aus. Alle Kuh, komm ich mal, ja. So nicht. Toni, Handyzeit ist zu Ende. Ausmachen. Nee, hast grad so einen Spaß, ne? Ja. Ja, was machst du denn da gerade? Zeig mal. Ach, du machst dieses Ananas-Spiel. Wie viele Ananas hast du denn? So fünf, sechs. Fünf, sechs hast du schon. Du willst wahrscheinlich acht haben, ne? Ja, mindestens. Ja, okay. Wir machen zusammen noch bis acht. Ja, und dann zeigst du mir das Spiel auch nochmal. Und danach machen wir zusammen aus. So, also. Oh, da kommt schon die nächste. Komm, ja, jetzt. Haben wir es geschafft. Schlag ein. Äh, äh, check. So. Das ist also die elterliche Macht fürsorglich eingesetzt, ja.